Spielen wie die Champions! Mit dem Adidas Finale ist das immer kein Problem, denn es gibt den Ball der Champions League. Hier für euch jetzt der neue Adidas Finale Cardiff 2017 Ball, das heißt der Ball, der für das Finale in Cardiff gedacht ist, aber auch schon in der Rückrunde gespielt wird, das heißt in den K.O. Spielen der Champions League. Der finale Cardiff Ball ist hier in der Capitano Version, das heißt in einer günstigen Version. Der trägt das neue Design des Champions League Endspiel Balles und hat ansonsten eine maschinelle, gleichmäßig gezogene Naht, eine weiche Soft-Touch Oberfläche und ist somit ein idealer Trend Freizeit- und Trainingsball, den man eigentlich in jeder Altersklasse im Seniorenbereich A, B und C-Jugend verwenden kann. Der Adidas Finale Cardiff mit einem neuen Look, ganz klar die Frage an euch, wie gefällt euch der neue Ball? Der Adidas Finale Cardiff mit einem neuen Look, ganz klar die Frage an euch, wie gefällt euch der Ball?